Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Wünscht ihr was? Wir Menschen haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume, Visionen. Es gibt Menschen, die daran glauben und sie setzen das als Ziel. Sie laufen auch nicht davon, sondern sie glauben daran und sie erreichen ihren Zielen. Und diese Menschen haben Erfolg im Leben. Also wir sollen unsere Wünsche auch mal ernst nehmen. Ich habe eine Überraschung für euch. Es nähert sich die Sommersonnenwende. Am 21. Juni 2018 ist es soweit. Und diesen Tag werde ich ein Ritual machen mit schamanischem Trommel. Und ich werde dieses Ritual am Meer durchführen, auch aufnehmen. Dieses Wunscherfüllung Ritual. Und ich habe ein Angebot für euch. Schreibt euren Wünsche. Ob das jetzt die Finanzen sind, oder die Liebe, oder Kunst, Kreativität, oder eine schriftliche Angelegenheit, wie eine Prüfung, eine gerichtliche Sache. Oder habt ihr ein Buch geschrieben und wollt ihr das veröffentlichen. Dafür ist diese Schriftrolle da. Schreibt mir euren Wünsche. Und seid ihr dabei in diesem Wunscherfüllungsritual. Es kostet nichts, gar nichts. Und ihr habt auch keine Verpflichtungen. Mir ist wichtig, dass ihr ein E-Mail schreibt und ihr teilt euren Wünschen oder euren Wünschen mit. Und ich beantworte jede E-Mail, weil jeder Wunsch ist individuell. Und ich gebe euch dann einen Hinweis oder ich beschreibe, was ihr zu Hause machen könnt und welchen Uhrzeit ihr auf dieses Ritual konzentrieren sollt. Natürlich muss ich anderes dann beschreiben, wenn es um die Liebe geht und anderes beschreiben, wenn es um berufliche Situationen geht oder um die Finanzen geht. Aber ihr bekommt auf euren E-Mail eine Antwort. Ganz individuell. Und ich beschreibe, wie viel Uhr sollt ihr konzentriert sein, was sollt ihr denken und tun. Und dann seid ihr schon dabei. Energetisch seid ihr in diesem Ritual dabei. Und das ist ein Geschenk für euch, für eure Treue, für die Abos, auch die Nachfrage. Aber ihr müsst gar nichts dafür tun. Auch wenn ihr diese Aufnahme erstes Mal anschaut, fühlt euch frei. Ihr seid für nichts verpflichtet. Sondern seid ihr dabei bei diesem Wunscherfüllung. Und die Zeitpunkt eignet sich wunderbar dafür, Sommer, Sonnenwende. Damit eine Wende kommt und die Wunsch zum Erfüllung geht. Ich werde noch Aufnahme machen für diesen Termin, für diesen Tag. Weil es handelt sich in erster Linie um karmische Liebe. Aber ich werde das astrologisch noch ganz, ganz ausführlich beschreiben. Mir geht es jetzt gar nicht darum, sondern hier geht es um die Wünsche. Aber jetzt schauen wir diese Legung an. Wie steht jetzt energetisch, wie steht ihr zu euren Wünschen? Wählt etwas aus. Ist es die Finanzen, die guten Geschäfte oder die liebe Partnerschaft oder euren Selbstständigkeit, Kunst, Kreativität oder Spiritualität oder eine schriftliche Lage? Wie steht das jetzt? Wie steht ihr zu diesem Wunsch? Jetzt schauen wir diese Legung an. Wie fühlt sich das an momentan bezüglich auf euren Wunsch? Das zeigt hier diese Karte an. Ihr seid ziemlich sicher, und das zeigen hier die Münzen, dass dieser Wunsch realistisch ist und das ihr erreichen könnt. Ihr habt auch einen Bezug zu diesem Wunsch. Aber die Zahl 9 bedeutet, ihr stoßt an euren Grenzen momentan. Warum? Weil etwas ist noch im Hintergrund und das sollte man auch räumen, loslassen, davon trennen. Oder wenn es um Beruflichen geht, auch den Mut zu haben, zu kündigen. Also es ist im Hintergrund da, und das sagt auch euren Gefühl, vielleicht sogar wirklich die Gefühle sind es wie Zweifel oder Angst. Und bei diesem Ritual, bei diesem Wunsch-Erfüllungs-Ritual, werden wir die Ängste und diese Zweifel auch, diese Blockaden auch lösen. Und was spricht euch an bei diesem Wunsch? Oder sollt ihr darüber sprechen? Das zeigt hier diese Karte an. Hier geht es um Kommunikation. In diesem Bild sehen wir viele, viele Bücher, ein Studium oder etwas Lernen. Wenn wir darüber sprechen, und das ist auch dieser Austausch, dieser E-Mail-Austausch, wenn ihr euren Wunsch mir schreibt, und ich beantworte, worauf sollt ihr achten, und das ist bei jedem individuell, dann ist natürlich wichtig, auch das bisschen studieren. Wie geht es? Wie funktioniert das? Und das ist der Austausch, das ist die Kommunikation. Jetzt schauen wir die Liebe an, weil ich gehe davon aus, dass die meisten von euch wünscht sich die Liebe, Partnerschaft, und astrologisch, wenn ich diesen Moment der Sonnenwende anschaue, geht es um die karmische Liebe. Also speziell die Liebe. Die Zahl 4 bedeutet Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und das ist auch der Wunsch. Diese männliche Person kann selbstverständlich euren Partner, euren Wunschpartner sein. Ein Mann, der weiß, was er möchte. Dieser Mann im Bild beherrscht alles und hat auch Macht. So kann euren Wunschpartner hier erscheinen, oder die, die alleine sind, natürlich auch eine Botschaft, diese Art von Mann kommt dann auch entgegen. Diese Karte bedeutet aber auch, wenn ihr Sicherheit, Stabilität möchtet in Beziehung, dann beherrscht die Situation, beherrscht auch euren Gefühlen, beherrscht auch euren Wünschen. Was könnt ihr tun? Jetzt abgesehen von diesem Ritual, dieser Ritual mache ich mit einem Schamanen, aber was könnt ihr jetzt momentan tun? Bleibt im Inneren Gleichgewicht. Bleibt in Harmonie. Diese Karte bedeutet auch die Quelle. Und wo liegt die Quelle? In unserem Inneren. Das ist die Intuition. Macht es alles intuitiv. Natürlich unterstütze ich euch dabei. Und wie ich schon sagte, das ist ein Geschenk, das kostet gar nichts. Aber wichtig ist auch, dass ihr in inneren Harmonie bleibt. Habt ihr Glück bei dieser Wunscherfüllung? Oder hindert etwas bei diesem Glück? Da haben wir die Botschaft. Glück habt ihr, wenn ihr im Vertrauen bleibt. Wobei diese Karte etwas anderes sagt für die Damen als für die Herren. Für die Damen bedeutet diese Karte, in Vertrauen bleiben, im Vertrauen des Fluss des Lebens, dass alles kommt, dass alles in Bewegung ist. Und für die Männer bedeutet das auf eine bestimmte Dame zugehen. Und wieder erscheint hier die Zahl 4, die Struktur, die Sicherheit und Stabilität. Was sollen wir dabei lernen? Das zeigt hier diese Karte. Nichts anderes, als im Vertrauen bleiben, dass das etwas entgegenkommt. Das ist das Vertrauen und das Glauben daran. Ändert sich etwas nach diesem Sommersonnenwende. Es öffnet sich Türen. Achtet auf euren Gefühlen. Sei mit eurem Wunsch in Verbindung. Achtet auf die Gefühle, besonders auf die Gefühle, dass diese Achtelbahn die Gefühle aufhört. und beobachtet das auch, was ist hier im Hintergrund. Wer ist diese dritte Person, die zuschaut? Ist das Neid oder Eifersucht? Oder die Chancenmöglichkeiten, weil jemand öffnet sich die Tür. Also das ist wichtig, dass man achtsam ist auf den Gefühlszustand, auf die Verbindung zu dem Wunsch. und beobachtet die Umstände. Warum habt ihr diesen Wunsch? Warum ist es wichtig? Und welche Botschaft kommt noch, was wichtig sein kann bei dieser Wunscherfüllung? Die Gefühle muss beherrschen. Das ist das ganze Geheimnis. Unseren Gedanken können wir schnell umpolen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber die Gefühle transformieren, wenn da Angst und Zweifel da ist. Das ist schwierig. Und genau diese Ritualen bewirken etwas, dass wir diese Leichtigkeit spüren. Denn es ist andere Energie, da bewegt sich was. Und es kann natürlich auch diese engsten Brokaden auflösen. Besonders die schamanischen Trommel. Und hier diesen Bild zeigt, auch wie wichtig es ist, bei Wunscherfüllung die Gefühle zu beherrschen, zwar mit dieser Haltung. Auch das Abwarten, weil das kommt vielleicht nicht sofort. Alles braucht Zeit. Und das hat auch Qualität. Also das zum Beherrschen und auch geduldig zu sein und nicht zweifeln, sondern in dieser Haltung bleiben. Woran legt die Kraft oder was gibt Kraft dazu? Wenn wir vertrauen, es ist alles rein und sauber. Und das wir beobachten können und auch gibt ein gutes Gefühl, es bewegt sich etwas. Nun, das war diese Legung, wünsch dir was. Also bitte, wünsch dir was und schreib dein Wunsch. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Bitte dazuschreiben Wunscherfüllung. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Denderasusannamedici. Denderasusannamedici.com Denderasusannamedici.com Vielen Dank.